Der Hubert ist so romantisch. Anne, hat der Hubert schon einmal bei dir? Ja, sicher, vor allem schon, ja, sicher. Und das war immer so, wie du das haben wolltest? Ja, sicher, macht das voll gut, das kann man voll gut, ja. Weil bei mir funktioniert das nicht. Immer wenn ich das eine habe, dann habe ich das eine, aber ich will eigentlich das andere und das funktioniert aber nie, dass ich nur das andere habe. Ich habe immer zuerst das eine und dann das andere. Ja, du musst immer wieder von vorn anfangen. Ich muss immer wieder von vorn anfangen? Ja, sicher, weil wenn du jetzt das viel sachen gehen hast, fangst du viel zu stinken an. Aber es fang zum stinken an? Ja, sicher. Du musst es immer wieder tun, immer wieder. Anne, bei mir fangst du nie zum stinken an, nie. Und es ist auch nie das, was ich haben will, es ist immer was anderes. Und ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Scheiße, die Bumse, komm. Hallo. Und. Und. Scheiße. Wals. Sie heißt, du meinst. Ein Wals. Hübsler. 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 Nein, die Fonds sind echt schauend. Nein, die Fonds sind echt schauend. Ja, ok, 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 ok. Bis wann? Bis zur nächsten Regel. Scheiße! Das ist schon nächste Woche! Und wir fahren mit der Schule Magic Life in die Türkei! Der Hubert fährt nicht mit in die Türkei. Der fährt mit seinen Eltern nach Glück. Hello! Mit Glück und Glück. Der Sunday Magic Life mit der Maris. Und sie ist ordentlich zu sehen. Party Pigeon Breakfast! Und ich bin noch in der Türkei. Ich habe ein großes Ohr zu verliegen. Und ich bin noch in der Türkei. Ich habe ein großes Ohr zu verliegen. Ich bin noch in der Türkei. Ich bin noch in der Türkei. Na, danke. Ich mag die Knie setzen. Was ist das denn mit der Türkei? Für den Schmerz! Und bei der Maris Magic Life ist das Sozialamt, das Gegenseitige, Kennenlernen sehr wichtig. Deswegen bieten wir auch Kinderspeed-Dating an. Da haben die Kindlern die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen und sich auszutauschen über Hobbys, Lieblingsfilme, Lieblingsmusik einzuhauen. Hallo! Hallo! Hast du auf Heinen? Äh, nein. Ach, hey! Hast du gerne auf Heinen? Ja, ich bin schon nach der Türkei. Ja, ich glaube, wenn es passt, gell? Hallo, ich bin der Friedrich, hallo. Also, nur mich gibt es zu sagen. Ich bin jetzt in der Türkei am Kolonialdienstgrad 3 bei Heda Ridge. Ich habe meinen achten Prestige-Rang der Black Cops. Mal nur, ob ich für zwei kann ich eh schon längst ziehen. Pfff! Annen? 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 Jetzt mit Wilmini, komm! Pfff! Komm, wir gehen ja zu viel! Ich brauche eine Pause, jetzt chillen wir. Bitte, ich kann echt nicht so lange, die ganze Zeit, ich kann nicht so lange tanzen, das ist ein Stück, ich will mich nur 10 Minuten, 15 Minuten ein bisschen hinsetzen. Ich bin gerade in einer Verfassung, da geht das überhaupt nicht. Nach der Pause kann ich dann wieder voll Elan weiter, aber jetzt geht es echt gerade überhaupt nicht. Guten Tag. Folgendes, der Hubert ist nicht da und der Hubert macht sicher eine Dritte mit ihm in einer neuen Lösse, aber das ist dann voll scheiße, weil ich dann nicht gemacht habe und er das schon gemacht hat und deswegen habe ich mir gedacht, du bist echt cool und es wäre voll gut, dass wir voll gut passen könnten. Nein, nein, das ist doch wurscht, sicher nicht, nein. Nein, mir ist doch wurscht, wo, oder wurscht, muss auch nicht lang sein, nur das gemacht ist, hör auf. Nein, das ist doch wurscht.